Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered, Folge 27. Wir sind immer noch bei den Klickern hier. Beziehungsweise ihr hört es auch anscheinend. Ja, nicht nur anscheinend, sondern ihr hört es auch. Wir müssen die Leiter runterwerfen. So, back. Da ist... Ja, das war sowas von klar. Wow, fuck. Naja, ein... Ein Schuss daneben. Einen getroffen. Das kann man mal akzeptieren. Für Ellie, Alter, passt das schon. Können wir denn jetzt nochmal irgendwas... Oh, ein Fireflyer-Nenger. Ein Fireflyer-Nenger. Travis Christoph. Vor allem, wie auch Christoph geschrieben wurde. So, ähm... Achso, herstellen wollten wir was, ne? Wir werden mal ein Medikit nochmal herstellen. Dann haben wir jetzt nochmal zwei. Mann, wir hatten so viele Sachen gehabt mit, äh... Mit Joel. Ich frage mich... Ich frage mich, wo der ist, ob der... Obwohl, sie will ja Medikamente haben. Ich vermute mal, dass sie ihn irgendwo... Ich nenne es mal eingelagert hat. Um für ihn da... Zu sorgen. Bzw. quasi auch auf die Jagd nach Essen. Na klar. So. Oh, oh. Schubladen. Mit Munition. Jede Menge Munition. Das sieht förmlich nach Buskampf oder sowas aus. Dieser Raum. Nimm die Ausrüstung. Das heißt doch schon wieder förmlich, dass wir... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir werden mal ganz schnell schleunigst mal einen Molotow erstellen. Und einen Medikit. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ja, bin schon dabei. Bin schon dabei. Siehst du was? Was machen wir jetzt? Haben wir eine andere Wahl? Wir halten Stand. Okay. Okay, 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 okay. Das kann jetzt sehr frustrierend werden, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Bereit machen. Bereit machen. Okay. Da geht's doch schon los. Da geht's doch förmlich schon los. So, das war Nummer eins. Da kommt Nummer zwei. Nummer drei auch. Da kommt ein Klicker. Wunderbar. Das hat sehr schön geklappt. Was macht er? Warum geht er denn so spazieren? Bäm. Das war jetzt totale Verschwendung, aber egal. Nein, 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 nein Ich brauche Medipack. Ich brauche Medipack. Ich brauche Medipack. Toll. Ich brauche Medipack. Ich muss das Medipack nehmen. Ja, konzentriert dich. Wir schaffen das. ist gut. So. Äh, 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 äh. Was steht jetzt an? Hallo? Wir müssen auf jeden Fall... Woh, 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 Woh. Oh. Woh, fuck. Woh, 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 woh. What the fuck, what the fuck. Hallo? Hallo? Hier war irgendwas zu sammeln. Hallo, wo ist der Pfeil? Ah, den haben wir schon. Ah, das mit dem... Das Ding ist aber echt... Oh, oh. Wow, 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 wow. Wow, wow. Ich raue mich, warum ich... Erlösen wir sie. Erlösen wir sie, genau. Wow, 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 wow. Oh, what the... what the fuck? Oh, mein Gott. Der Dicke ist weg, Gott sei Dank. Da ist noch Munition. Geht aber... Gott sei Dank. Das lief besser, als ich gedacht hatte. Das lief sehr, sehr gut. Ich werde mich mal kurz hier um... um, um, um sehen. Ob wir vielleicht hier irgendwas noch aufnehmen können, sammeln können. Mein Gott, hier sieht es echt aus wie Erdbeermarmelade. Ähm... Das haben wir echt gut gelöst. Obwohl das mit den Medikids ärgert mich, dass wir da... dass wir da so viel verbraucht haben. Na gut, wir haben ja immer noch einzelne Reserve, ne? Ja, genau. Naja, immerhin. Ja. Na gut, dann hier liegt nichts mehr. Gehen wir mal hier zur Brücke. Und schauen mal, dass wir hier weiterkommen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, kann Ellie ihm trauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Oh, ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine? Ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst? Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt, in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Meinen verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Oh, oh. Siehst du? Oh, oh. Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Wusste ich's doch. Sowas hab ich im Urin. Urin. Los, weg hier. Oh, da hängt der Hase. Hui. Der wird voll am Dancen da am Pferd. Komm schon. Hihihi. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir... Ob wir, äh... Julia zu Gesicht bekommen. Und wie es ihm geht... Komm mit. Oh, eine Garage für Pferde. Cool. Okay. Oh, 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 oh. Joel? Oh. Er lebt auf jeden Fall noch. Ich hab nicht viel zu essen gefunden. Aber... Ich hab das hier. Okay. Okay, hieb deinen Arm. Sag mal los. Tut mir leid. Moment. Ich hab schon wieder Pipi in den Augen. Schon wieder mal Pipi in den Augen. Das ist so rührend. Und so eine tolle Geschichte. Auch so toll erzählt. Hm. Oh, oh. Oh. Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Lauf. Oh nein. Oh nein. Uh. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Und spannend. Geht's weiter? Wow. Hui. Allihop. So, durch den Tunnel. Äh, Carport. Uah. Geh weg. Triff das Scheißpferd. Uah, uah. Wow. Nein. Au. Nähe. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Aber immerhin haben wir sie, äh, weggelockt von da. Oh nein. Oh nein. Shit. Uah, 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 uah. Uah, 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 uah. Fuck, 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 fuck. Wow. What the fuck. So, spannend geht's weiter jetzt hier. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Wir haben unser Pferd verloren. Nein. Wie haben wir uns nochmal genannt? Charlie? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon so lange her. Günther ist auch ein toller Name für ein Pferd. Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder auf Günther komme. Wir haben aber Trials Fusion in der Let's Play Live schon unseren Fahrer Günther genannt. Munition. Haben wir denn irgendwas? Oh ja, ich werd mal eben ganz schnell das Medikit verbessern. Sonst haben wir aber auch nichts Großartiges irgendwie, was wir hier verbessern können. So. Ich werd mal eben den Bogen nehmen. Der ist nämlich lautlos. Und damit können wir dann auch... Oh, da ist sogar ein Pfeil. Wir sind aber voll. Oh, eine Schublade. Mit nichts drin. Und noch eine Schublade. Mit jede Menge Zeugs. Ja. Und wir kriegen Gesellschaft. Können wir noch nichts herstellen. So. Ach, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, was kommt. Ist auch so eine Fruststation, wo wir jetzt sind. Eine ganz große Fruststation. Weil das kann nämlich auch ganz böse ins Auge gehen. Da laufen schon zwei. Von den Ochsen. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Aua. Geh weg, 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 geh weg. Jetzt hätten wir noch mal auf. Das machen wir noch mal vor vorne und ganz neu. Denn das geht anders. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Hui. Entschuldigung. Das kam so aus mir rausgeschossen. Na, ich will die Flasche. Ich will die Flasche. Ich will die Flasche. So, dann müssen wir noch mal gucken, dass wir das Ganze schneller angehen, dass wir hier schneller wegkommen. Weil hier ist Schleichen Gold wert. Hier ist echt Schleichen Gold wert. So, der geht da gucken. Dann gehen wir hier runter. Ganz Chanel. Chanel. Und wir müssen da hinten hin. Also genau da müssen wir hin. Ich weiß aber, dass hier jede Menge Gegner auf uns warten. Hier ist aber auch... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da oben. Ich weiß, dass hier auch in den ganzen... ...Ganzen Gebäuden jede Menge Zeugs... Wo ist er denn? Woa, 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 woa Komm her, 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 komm nicht gut uhhuh wiki 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 gut weg Scheiße, jetzt sind wir so ein bisschen... Jetzt sind wir ein bisschen in dem Bedulium Wow Wow, 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 und... Komm her! Ja, bam! 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 Ellie, du machst das ganz toll! Oh! Wow, wow! Wie kann der mich denn treffen? So Aua, wow, 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 wow! Stirb, 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 stirb! So, wir müssen ganz schnell Medikit nehmen, weil sonst... Waa, waa Hallo, Medikit, 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 und wir haben eine Flinte gefunden Sehr schön Sehr schön Werden wir mal ganz schnell wechseln Auf die Flinte Zwei Schuss nur Wow! Wo? Nein. Geh weg. Geh weg. Hallo? Geh doch weg. Oh nein. Mann. Oh nein. Okay. Also. Wo waren wir stehen geblieben? Flasche. Ablenken und schleunigst hier weg. Genau. Das ist unsere Aufgabe. Wie ich schon sagte, auch eine Frust-Ecke. Wie gesagt, das ist auch so eine Frust-Ecke hier, die ganz schön frustrierend werden kann. Muss nicht, kann. Aber wie ihr seht, ich bin jetzt schon zweimal gestorben, weil ich einfach zu dämlich gerade bin. Das Ganze so zu handhaben. Problem ist einfach, ich muss mich so umsehen hier. Wow, 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 wow. Okay, 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 ich nehme alles zurück. Schleichen ist nicht mehr. Komm her Können wir nicht irgendwie rauf gehen oder so? Oh, eine Schublade Ich sag ja, hier ist jede Menge Zeugs Ist hier, aber ich Ich frag mich Ah, shit, dann ich seh nichts Willhämm ich direkt ins nächste Haus stürmen Wow, 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 wow Wow, wow, wow Das klappte ja super stirred, stirb, stirb, stirb So, da haben wir schonmal die Flinte Das ist gut, eben Wow, 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 wow Nein, was machst du denn? Waaah! Stirb! 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 Hallo, hallo, Ellie, geh da rein, 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 geh da rein! Waaah, 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 waaah! Bäm! Bäm! Wollt ihr noch was? Licht euch niemals mit einem Hähnchen an! Waaah, waaah! Waaah, waaah! Waaah, 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 waaah! Guck mal, wie er pflichtet! Feige Sau, komm her! Du feige Sau! Entschuldigung für die Ausdrücke. Komm her, du feige Ratte! Wo ist er denn hin? Gibt's doch nicht. Da! Ja, er steht, er steht wieder im Haus. Er droht keine Angst mehr. Wo geh ich lang? Da hinten steht... Oh, da hinten stehen zwei. Uiuiuiuiuiui. Die werden wir aber mit nem Bogen, glaub ich, gleich erledigen. Waaah! Da hab ich ne gute 3 Schuss. Der einzige, der mich jetzt ein bisschen stört, ist der hier, der hier im Haus... Der hier, der hier im Haus war. Oh, 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 oh. So. Ähm. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Waffe ich nehme, aber ich wollte ja den Bogen, wie gesagt, ausprobieren, weil... Leise lebt sich's länger. Zumindest für uns. Vielleicht können wir ja auch hier einfach rauf. Johh, Darling п legends k Pra www.原… Das ist sehr schön. Uh, 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 uh! Uh, uh, uh… Ganz schnell vorbei. Ganz schnell vorbei! Schöll, sch 버� LEDs auskommt doch schon wieder schnell! Bastarend Schnell, Schneller, schneller, SHNESELER, schneller, Ellie, schneller, 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 schneller – schneller, Schneller, schnell… Oh, Gott sei Dank. Schnell das Medikip nehmen. Puh, das hätten wir hier geschafft. Gott sei Dank. Dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Nagelbombe machen wir auch fertig. Dann haben wir das wieder. Ja, so schlecht sieht unser Inventar gar nicht aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist eigentlich ganz okay soweit. Hm, wie malerisch und idyllisch hier. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Kein Fishing und kein... Was soll das obere sein? Naja. Oh. Oh, das ist so toll hier. Sogar das Wasser sieht so geil aus. Wow. Kommt man da hinten hin? Bestimmt nicht, ne? Okay. So. Dann gehen wir mal durch die Röhre. Ah, Ellie hat noch ihre Taschenlampe. Falls wir die mal brauchen sollten, nochmal. Was haben wir hier? Ui. Ein Comic. Sehr schön. Vergrößern. Serin Starlight. Äh, umdrehen. Und lesen. Äh, Buch 8. Negin Trophy. Äh, dank Captain Ryans, äh, Führerschaft und Daniels technischen Wissen wurden die Überfälle der letzten Wacht, äh, noch... ...waghalsiger. Äh, wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten? Ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Frage-Zeichen. Frage-Zeichen. Sonst zusammen gab's da nichts, ne? Wie toll doch der Schnee auf der Bank aussieht. Kleine Grafikkure-Reflex. Kleine Grafikkure, du. Nein, bin ich nicht. Dum, 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 dum. So, wir müssen ja eigentlich wieder zurück zu Joel. Oh, da komm ich nicht durch. Da kommt Ellie nicht durch. Müssen wir das hier mal probieren. So, das war's. Ja, das hat uns im Weg gestanden. Die Mülltonne. Ich denke mal, jetzt kommen wir durch das Rohr-System weiter. Ja. So, so, so. So, 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 so. Ui, 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 ui. Ja, da geht's... Da geht's Richtung Joel. Und was eine tolle Villa. Wir werden wahrscheinlich nicht über den Zaun klettern können. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie durch das Gebäude durch. Ja. Und, ähm... Ich würde sagen... Was uns in dieser Villa erwartet. Und ob wir das schaffen, dann wieder zurückzukommen zu Joel. Oder ob uns was passiert. Ähm... Ja, seht ihr in einer weiteren Folge. Let's play The Last of Us Remastered. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, macht's gut. Tschüss. Und ich wäre darauf salvador. Und, ähm... Ich würde michawanen... Ja, da geht's. Vielen Dank.